Jedes Jägerleben beginnt mit dem Jagdschein und deswegen stehe ich jetzt hier bei Andre Westerkamp von der Firma Heinckes. Und der Andre sagt mal kurz etwas zum Heinckes Lehr- und Lernsystem. Genau. Also das System beruht darauf, dass wir die Ausbilder betreuen. Wir haben neun Themengebiete. Diese Themengebiete werden von uns bearbeitet und die Ausbilder werden von uns dementsprechend geschult. Verwenden die Ausbildungsunterlagen und dementsprechend haben die Jungjäger ein unheimlich breites Feld zu lernen. Okay. Wie ist denn der Einstieg für mich als Jungjäger oder als angehender Jungjäger? Was mache ich? Wie starte ich mein Jägerleben? In der Regel sollte er sich damit informieren, wo möchte er den Jagdschein machen. Das ist eine Jagdschule, ist es eine Ausbildung bei einer Kreisgruppe, die deutlich länger ist. Wie unterstützt mich Heinckes Lehrsystem dabei? Das Lernsystem fängt den Jungjäger sehr früh auf. Das heißt, in dem Moment, wo er gerne den Jagdschein machen möchte, geht er bei uns auf die Seite www.jagdtrainer.de, guckt sich dort die einzelnen Ausbildungsinstitutionen an und wählt dann aus, welche Ausbildung er machen möchte, lang oder kurz. Dann hat er die Möglichkeit, die Themengebiete zu erlernen, sowohl im Print als auch online im Jagdtrainer. Und selbstverständlich findet er den Jagdtrainer auf Facebook, wo er jeden Tag neue Rätsel findet, wo er sich wirklich mit der Jagd anfreunden kann. Gucke ich direkt mal drauf. Super. Das ist André Westerkamp von der Firma Heinckes. Gerne. Am Stand von Patrick Kassner, Jagdfilmer. Und ja, wir haben uns letztes Jahr auf der Messe kennengelernt. Heute neuer Film, neues Glück. Erzähl mal was zum neuen Jagdfilm, den du gemacht hast. Ja, wir haben mehrere Sachen in der Pipeline. Wir haben jetzt einen Film über Büffeljagd gemacht in Tansania im Vergleich zum Südafrika, dass man mal so die Unterschiede sieht, wie wird in Tansania auf Büffel gejagt, wie wird in Südafrika auf Büffel gejagt. Der Film ist sehr gut angekommen, natürlich. Alle lieben Büffel. Dann habe ich noch mit Werner von Seidlitz gefilmt, Farm Immenhof, wo wir auf Tamara Dick Dick unsere spezielle Antilopen gejagt haben. Und ich war in Schottland mit Nico Fuchs. Oh. Ja. Ja. Mit unserer ehemaligen Miss Jägerin. Miss Jägerin, ja. Wunderbar. Was können wir da erwarten? Ja, wir haben also ein paar schöne Sachen gedreht in Schottland. Sika, Rothirsch, getriebene Grouse, Red-Legged-Partridge. Ja. Also alles getriebene Sachen. Schöne Sachen. Schottland war natürlich der Traum dieses Jahr. Herrlichstes Wetter. Blauer Himmel, Sonnenschein, kein Regen. Ja, das ist ja spannend. Da muss ich jetzt ja mal bei der Nico vorbeigehen. Dann würde ich sagen, und jetzt Nico Fuchs. Nico Fuchs von Jagdwelt24. Ich komme gerade von Patrick Kastner. Der hat dich ja groß angekündigt. Was ist denn da überhaupt los? Ach so, er hat mich angekündigt. Na, ich war zusammen mit Patrick und den Jungs von Jagdwelt zum Jagen. Und Patrick hat ein bisschen was gedreht. Okay. Ich denke, das meint er. Ja. Was können wir da erwarten? Ist der schon veröffentlicht? Wann kommt der Film raus? Oh, ich weiß gar nicht, wann er veröffentlicht wird. Noch ist er nicht raus. Ich denke, Patrick arbeitet noch fleißig dran. Ich bin selber gespannt. Ja, super. Was können wir hier bei Jagdwelt24 erwarten? Beziehungsweise habt ihr irgendwas? Ich möchte nach Afrika fahren. So, was muss ich unbedingt mit nach Afrika nehmen? Ja, unsere Klamotten natürlich. Ja, welche Klamotten? Naja, so speziell. Afrika ist natürlich ein schwieriges Thema für uns. Ich sag mal, wir haben hier für den deutschen Jäger sicherlich immer alles da. Ja, da findet er eigentlich alles, was er braucht. Und der Afrika-Jäger, der guckt einfach mal einen Internet-Shop bei uns und dann wird er auch bündig. Okay. Also ich habe jetzt, ich denke so an Zielstock zum Beispiel. Brauche ich einen Zielstock in Afrika? Ja, natürlich. Ich sehe es immer in den Filmen, also den haben wir auch da. Habt ihr einen? Ja, ja. Okay, muss ich mir mal angucken. Ja, das war's eigentlich schon. Sehr cool. Nico Fuchs, Jagdwelt24. Und jetzt Sebastian Würstmaier. Sebastian Würstmaier von der Firma Sauer. Sebastian, was haben wir hier an Neuigkeiten von Sauer? Ja, unsere Messeneuheit ist einmal die Sauer 404 Synchro XTC. Das C steht dabei für Carbon. Es handelt sich hier um eine, ja, Vollcarbon-Waffe, beziehungsweise haben wir einen Carbon-Schaft verbaut, wo wir ein Gesamtgewicht von 2,7 Kilo haben für den Bergjäger. Zielgruppe sind Leute, die nicht viel schleppen wollen, Bergjagd. Genau. Je nachdem der Jäger, der wirklich einmal ein super modernes Gewehr sich sucht und vor allem auch jemand, der jetzt in den Highlands die 3,4 oder 4 Kilo halt nicht auf dem Rücken permanent durch die Gegend tragen möchte. Okay, also neues Material, Carbon. Macht einen guten Eindruck. Bin mal gespannt. Ich möchte gerne nach Afrika fahren. Welche Waffe nehme ich denn da mit? Für die Afrika-Waffe, letztendlich können wir auch die 404 empfehlen natürlich, weil wir haben ein komplett modulares Gewehr, das heißt, ich kann innerhalb von Sekunden den Lauf ausbauen, den ich jetzt hier gerade drin habe, mit einem gefluteten Lauf und kann den ersetzen durch einen Big-Game-Lauf, zum Beispiel 375 Holland und Holland. Ändere dann noch den Kammerkopf und habe innerhalb von 20 Sekunden ein komplett anderes Gewehr vor mir und wäre dann fertig für Afrika. Super. Also wir haben für alle Jagdarten tatsächlich die die richtige Raffe beziehungsweise die richtige Konfiguration. Okay. Und die kriege ich auch im Kaliber, zum Beispiel 300 Win Mag? 300 Winchester Magnum. Also wir haben verschiedene Medium-Kaliber, verschiedene Magnum-Kaliber, die Sie dann halt ganz normal halt wählen können. Okay, super. Vielen Dank. Gerne. Sebastian Würstmaier, Sauer. Und jetzt jagen in Namibia. Ich bin an dem Stand vom Hansi Erbf und der Hansi hat die Jagd vom Ort Jenga. Spricht man das aus? So in der Richtung? Ja, genau. Richtig. Jenga. Jenga. Wunderbar. Und sag doch mal, ich möchte, also ich spiele schon lange mit dem Gedanken nach Namibia zu fliegen. Ich habe aber bisher nie einen Ansatz gemacht. Okay. Was muss ich tun? Was kann ich bei euch bejagen? Wie kann ich den Einstieg finden in die Jagdreise nach Namibia? Ja, also erstmal einen Flug buchen. Okay. Zu einer Zeit, wann es dir mehr oder weniger genehm ist. Wir sind ja da auch, sagen wir mal, flexibel, wenn wir nicht gerade andere Gäste haben oder so. Ja. Also das geht relativ unkompliziert. Das geht relativ unkompliziert. Einfach mehr oder weniger Ja sagen. Mehr oder weniger Ja sagen und dann geht's los. Was kann ich denn bei euch bejagen? Und brauche ich bestimmte Voraussetzungen? Muss ich irgendwas wissen? Eine bestimmte Waffe haben oder was? Ja, also alles so. Man kann seine eigene Waffe mitbringen. Man kann aber natürlich auch bei uns eine Leihwaffe kriegen. Alles am Kaliber von 30.06 aufwärts ist eigentlich in Ordnung mit einer guten Optik. Und dann passt er schon. Dann unsere normalen einheimischen Wildarten, die wir so bei uns rumlaufen haben. Die üblichen sind halt hier Kudu, Oryx, Warzenkeiler, harte Wester, Elans und dann noch so ein paar Exoten vielleicht wie Wasserböcke, Impala und dergleichen. Hört sich spannend an. Ja, ich hätte ja Zeit im April. Habt ihr da noch was frei? April ist noch gut. April passt. April passt. Ja, dann brauchen wir natürlich ein gutes Angebot. Machst du mir noch ein gutes Angebot? Ja, kann ich machen. Hand drauf. Dann hoffe ich kommst du auch wirklich. Dann komm ich im April, wenn wir das jetzt besprechen, dann mach ich das. Alles klar, das können wir festmachen. Wunderbar. Ja, also so schnell macht man eine Jagdreise nach Namibia, klar. Ich bin total gespannt, wie das abläuft. Also ich habe schon seit Jahren darüber nachgedacht. Also das gilt jetzt, ja? Das gilt. Das ist jetzt dein Fest, ja. Ich kümmere mich jetzt um Flüge April, du machst ein gutes Angebot und dann geht die Post ab. Ja. Wunderbar. Gerne. Also, Hansi Erb, Jagdfarm, Ojenga, Namibia, geht los. Ja, super. Alles klar. Jetzt bin ich im Grunde nur einen Stand weiter gegangen. Direkt nebenan ist der Sohn von dem Hansi Erb und das ist der Hans-Werner. Richtig. Hans-Werner, was bietest du an? Also ich sehe Oase, Jagdfarm am Wartaberg, was bietest du an? Richtig. Also wir sind im Prinzip, genau wie mein Vater auch, also eine Jagd- und Gästefarm, wo wir ganz normal die Jagd anbieten. Als Zusatz natürlich zur normalen Gewehrjagd für die Gewehrjäger, aber auch noch unter anderem mit Pfeil und Bogen. Okay. Bogenjagd ist ein spannendes Thema, in Deutschland natürlich noch verboten, aber ich weiß, das Interesse der Bogenjäger oder der Leute, die sich für Bogenjagd interessieren, wird immer größer. Richtig. Man kann es bei uns auch zum Teil erlernen. Ich denke mal, wenn ihr da unten seid, bin ich sicher, dass wir da ein bisschen was machen können und ich kann dir das mal so ein bisschen näher beibringen. Ja, super geil. Das macht natürlich ultra gerne. Und da bin ich ja extrem gespannt. Also Namibia-Reise, jetzt auch noch mit Bogenjagd, super genial. Ja, das Freizeitangebot ist natürlich vielfältig. Also was wir noch zusätzlich eventuell machen könnten und wenn ihr da seid, was ich noch anbiete zusätzlich, sind einfach so eine Art Long-Range-Kurse, wo wir dann also mit der Waffe, aber auf große Distanzen schießen. Also richtige Weitschussseminare im Prinzip. Also noch eine super interessante Sache, habe ich auch noch nie gemacht. Extrem spannend. Also Namibia, Bogenjagd, Long-Range-Shooting. Wie weit schießen wir da? Bis 1000 Meter definitiv. Oh, dann muss ich da spezielle Optik mitbringen oder hast du was vor Ort? Ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr so vorhabt, so von Waffentechnisch oder so, aber ich denke mal Afrika-Kaliber wäre irgendwas um das 300er-Kaliber gut. Und wenn ihr da sowas macht, denke ich mal eine dementsprechende Optik. Es muss nicht die größte Vergrößerung sein, aber von Vorteil wäre sowas wie ein Ballistikturm oder ASV und dann können wir definitiv aus der Kanone was rausholen. Supergeil. Und ich denke mal, dann schaffen wir schon, also die 1000-Meter-Marke können wir mit durchknacken. Ja, supergeil, super spannend. Das ist Hansi, nee, Entschuldigung, Hans-Werner, Erb, Jagd vom Oase, Bogenjagd und Long-Range-Shooting. Ja, sehen wir uns dann. Bis dahin, danke dir. Alles klar, tschüss. Und jetzt Axel Drescher. Axel Drescher von der Firma DD Optics. Ja, hallo. Er ist der Chef und da habe ich den richtigen Mann hier vor der Kamera und am Mikro. Was ist DD Optics? DD Optics ist erstmal relativ jung, relativ, also erst 10 Jahre alt. Wir haben uns spezialisiert auf Herstellung, Vertrieb von optischen Geräten, insbesondere natürlich in der Sportoptics. Zielfernrohre, Nachtsichtgeräte, Ferngläser, Perspektive auch ein bisschen, ja, das ist das, was wir können. Wir entwickeln unsere Gläser unter unserem eigenen Markennamen, lassen die teilweise weltweit produzieren, hauptsächlich allerdings in Japan. Ich bin auf der Suche zum Beispiel nach einem neuen Fernglas. Welches wäre für mich da das Allround-Glas vielleicht, ein typisches 56er oder welches Glas nehme ich zum Beispiel mit nach Namibia? Okay. Eigentlich nimmt man dort ein leichteres Glas mit, ja. Braucht eigentlich kein Glas, das eine sehr starke Dämmerungsleistung aufweist, weil man dort ja eigentlich tagsüber zu Gange ist. Ich würde aber trotzdem gerne mal unser neues Glas empfehlen. Okay. Das 8x56. Normalerweise würde ich es nicht mit auf Safari nehmen, weil ein 8x56 ist eigentlich eher ein klassisches Nachtglas. Aber es ist schön leicht, es ist ein Komplettmagnesiumgehäuse. Dadurch wiegt es nicht so viel. Wir können ein bisschen die Dämmerung benutzen, dann eine sehr hohe Auflösung. Probieren Sie es einfach mal. Wir könnten normalerweise auch ein leichteres Glas nehmen, ein 10x50 oder ein 8x50. Aber im Moment tendiere ich mal zu diesem Glas, dass Sie es mal ausprobieren, weil Sie einfach hellauf begeistert sein werden. Dieses Glas ist neu von uns. Super. Nimm Sie das. Macht einen guten Eindruck. Das schaue ich mir mal im Detail an. Das war Axel Drescher von der Firma DD Optics. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt? Thomas Sleser. Thomas Sleser. Tracker. Wie spricht man das eigentlich aus? Tracker? 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 Ja. Wir nennen das Tracker. Tracker. Mit E. Okay. Also, Firma Tracker. Der Thomas, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger über die Messen. Und ich bin auch ein großer Fan von dem Gerät. Das wisst ihr. Der Thomas war auch zuletzt bei uns Jagen im Revier. War sogar erfolgreich. Schaut euch mal die Jagdtotal Folge 5 an. Da könnt ihr ihn sehen. Den neuen Star am Jagd Video Himmel. Okay. Thomas, was gibt es Neues von den Tracker Geräten? Ja. Kurz, knackig. Kurz, knackig. Wir haben das neue G1000 Maximal. Das ist das erste Unterordnungsgerät der Welt, was auch wirklich auf 2G und 3G Netze zugreift. Es ist vor allem nachhaltig orientiert, weil die 3G Netze immer mehr ausgebauter werden und dann sozusagen irgendwann mal vorrangig sind. Thomas, wie ist aus deiner Sicht die Messe gelaufen? Werden die Dinger viel gekauft? Ja, also ich muss mich wirklich an unsere Kunden bedanken. An alle, die wirklich an unsere Multiplikatoren, die sehr uns richtig helfen. Es waren wirklich viele Kunden, viele unserer Kunden, die hier vorbeigekommen sind, um Hallo zu sagen. Und dann natürlich auch viele Neukunden, die von Empfehlungen auch gekommen sind. Ja, prima. Also vielen Dank. Ja, also ich bin ja auch ein großer Fan. Kannst du mir empfehlen? Schaut mal vorbei im Onlineshop oder wo kann man sie kaufen? Jetzt auf der Jagd und Hund in der Halle 8. Ansonsten in trekker.fee gibt es alle Vertriebspartner. Prima. Vielen Dank. Thomas Sleser, Firma Trecker. Vielen Dank. Ich bin jetzt mal wieder an dem Stand von Alp Jagd gekommen. Franz Reintaler steht neben mir. Hallo. Ich habe mir jetzt diesen wunderbaren Rucksack bei Ihnen bestellt. Dazu muss man dir gratulieren. Ja, absolut. Also ich bin auch super happy. Ich habe lange danach nach dem passenden Rucksack gesucht. Ich habe die Community von Jagd Total gefragt und sehr viele haben mir auch den vorgeschlagen. Und ich bin also jetzt zum Schluss gekommen, ich nehme den mit nach Afrika. Also ich gehe jetzt zunächst nach Namibia. Du hast auf alle Fälle auch den richtigen Rucksack dabei. Ja, perfekt. Du hast immer beide Hände frei, wenn du die Waffe hinten im Rucksack hast. Und du hast die Waffe natürlich ganz schnell griffbereit. Einmal ziehen im Schulterbereich und du hast die Waffe in der Hand. Perfekt. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Ich habe auch ein bisschen Werbung für Alp Jagd schon gemacht. Also weil die Lieferung war alles super. Also bin ich sehr zufrieden. Das freut uns. Dann habe ich sozusagen einen zufriedenen Kunden von mir, oder? Ich habe ja schon öfter bestellt. Ist ja nicht das erste Mal, aber also alles perfekt. Super Rucksack. Was kann ich denn jetzt? Also ich werde wahrscheinlich im April nach Namibia. Was kann ich da mitnehmen? Gibt es irgendwas? Ja, da bin ich bereits zwei, dreimal unten war in Namibia. Würde ich auf alle Fälle empfehlen von der Ausrüstung her diesen Schuh. Diesen Hikes Schuh. Der speziell nur für uns gemacht wird. Oder eine vernünftige Safari Bekleidung. Ja. Wie sie eben Plaza anbietet. Da geht man sicherlich kein Risiko in, wenn man sich so ausstattet. Kann ich mir gleich hier nochmal auf der... Oder Sie können mir ja noch ein paar Sachen auf dem Messestand hier zeigen. Oder ich gehe natürlich einfach in Ihren Shop. Ja. Mache ich gerne. Oder im Webshop. Alpjagd oder alp-jagd.at Genau so ist es, ja. Dann wünsche ich dir ein kräftiges Weidmannsheil. Vielen Dank. Für die Namibia Reise. Franz Reintaler, Alpjagd. Genau. So ist es. Und Alpjagd wünscht den Kunden ein kräftiges Weidmannsheil für dieses Jahr. Guten Anblick. Und dann sehen wir uns im kommenden Jahr wieder hier auf der Messe in Dortmund. Ja. Und in Salzburg. Da komme ich wahrscheinlich auch wieder hin. Genau. Salzburg sowieso. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Alles Gute.